Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde, viel zu bis Infinity Evolve, mit dabei der bald tote Zora. Meine Freunde, was geht ab? Ich bin fast tot. Nicht bereit. Okay, alles klar. Ähm, ja. Wir haben heute was vor. Oh ja. Und zwar, das Zeit hier abreißen. Wieso bereißen wir den Atomreaktor ab? Äh, ganz einfach, der bringt momentan zu wenig Energie und wir wollen ihn mal ein bisschen aufpimpen. So, wie wollen wir den aufpimpen? Größer, effizienter, besser. Uh, war knapp. Kann man den Atomreaktor auch in der Ecke bauen? Das würde mich auch noch interessieren. Also ich kann nicht, dass es gegen... So ungefähr, von der Größe hatte ich schon gedacht. Das zieht sich mit... N? Jetzt werde ich nur offen, dass auch mein Yellowmium dafür reicht. Ähm, okay, der Klaus hat geschrieben, dass ich meinen normalen Brauch... Alles klar, ich werde offen, dass er jetzt auch das Richtige bekommt. Ja, ansonsten, ähm, kann es sich nicht beschweren. Ja, aber kommt nicht mit etwas. Ja. Oh. Ist auch so eine geile, geile Verhandlungsstrategie. Das habe ich doch gar nicht bestellt. Egal, aber das wolltest du. Das ist so eine Idee. Hat er jetzt geschrieben? Hä, ich wollte auch zwei Kondiom-Blöcke. Nein, du wolltest Erde haben. Äh. Moment, ich sage, du guckst. Nein, Zombie, hau ab. Warte, ich antworte, nein, Zombie, hau ab. Alles klar. Ja. Ja. So. Ja, gut, der ist einfach mal direkt, passt. So, jetzt, aha. Okay, also. Den Power-Tab setze ich dann aber hierhin. Genau wie die Access-Pause. Nein, der ist zwar falsch. Gut. So, einmal den Rahmen wieder aufbauen. Aber so, dass wir nicht den Rahmen sprengen. Warte mal. Ach ja. Ja, war gut. Hm. Die ersten Zuschauer sind schon wieder am weinen. Oh, das Niveau ist echt wieder in den Keller. Ach. Obwohl. Kann man das eigentlich essen? Ja, aber denk dran. Niveau ist keine Hautcreme. Das nennt sich Nevea U. Oh, Mann, der war schon schlecht, ey. Nein, der war nicht schlecht. Das kommt dir nur so vor. Oh, das könnte auch sein. Palim, palim. Ähm, so. Ähm, eine Helm. Moment, gibt's da nicht... ...nach irgendwas... ...das ist mit Tänz. Ähm, was bist du denn? Ein Block. Was hast du? Blocken. Äh, das... ...das ist so wackelnd. Das ist so helle... ...as sein Helm, aha. Hm, ich hoffe, jetzt spielt du mal. Dann mach ich hier wieder die kleine Wirtz-Storm-Konstruktion hin. Okay, das würde mir eventuell was. Wenn, mach ich das mal. Das aus. Ja, jetzt wünsch ich unbedingt, was ich jetzt später hier reinhauen könnte. Ja, ich verstehe. Okay, let's... ...downport. Alles klar, das passt so. Input, toggle Reactor. Und... ...Active, while, below, combat. So. Also, das wird noch ne Arbeit für mich. Ja, nicht hier. Hi, 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 der Letzger. Mhm, bitte, erzähl mehr. Ja, also... Ja, danke, das reicht. Oh, ja, noch vor doch. So, jetzt ist ich mal ein bisschen Licht drin. Okay. Okay. Habe ich noch einen Tank? Ja, aber da ist was drin. Verdammt. Da mache ich mir gerade mal einen neuen Portable Tank. Oh. Okay, 10, 10. Gut. Weil, ich will den Reaktor dann direkt mit, ähm... Na, wie heißt das Zeug? Weil sie dann ein Ende füllen. Halt, weil das mal eine der besten Kühlungen ist. Ich glaube, das ist die zweitbeste Kühlung für den Atomreaktor. Ja, ich denke schon. Und Herstellung, ja, so Änderli-Farm und hat man's schon. Ah, Änderli ist nie mehr bewertet. Schau dir mal meine Änderperlen-Farm an. Stimmt auch, wie der Person. Da ist nach außen, wo was da drin ist schon. Ja. Ich meine, jetzt über ne Woche 54.000. Oh, so kann man mal machen. Hm, Knochen muss ich dringend auslagern jetzt. Das sind schon bei 10, 209.000. Alter, finde ich, ich habe mehr Knochen als alles andere. Ja, also, wenn sie sich mal Redstone und die Kuhle anschoss, darf ich mich schon... Ja, gut, bitte. Ja, passt aber. Kann ich eigentlich aus einem Eye of Ender auch übersehen? Nee, aber warte, warte, warte. Ah? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ähm, ich brauche Fackeln. Oh Gott, ich habe die Taschen so voll. Mhm, Nachmacher. Weißt du was? Ich scheiße jetzt hier auf die Ender-Lady-Farm. Ich habe so schon einen extrem krassen Output an Ender-Fallen. Hm? Ähm, ja. Erstmal ein Ei geworfen. Komm, reinmachen. So, sagen wir, 24. davon gehen weg. Aber ich habe echt keine mehr. Oh. Ich habe wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, also... Ähm, also... Ähm, wenn ich jetzt... Weg. Ach, hier sind auch noch Wektor Kaising von der Gute. Geil. Ähm... 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 Cobble ist... Ja, komm, das ist hier angeschlossen. Erde ist... Ja, so... Das mache ich dann aber einmal so, dass man einen kleinen Rahmen hat. Hier oben kann ich auch schon einmal umranden, wenn es ausreicht. Ah, bleib ich nicht so... Na, der war falsch. Oh, da wird es langsam wieder geleert bei mir. So, jetzt brauche ich hier Lowry und Fuelbox. Die hier. Davon mache ich jetzt einfach mal 15. Das wird auf gar keinen Fall reichen, aber ich will halt so ein kleines Maß haben. Also, hier ist es so schön, lieber zu viel, jetzt zu wenig. Ja. Ähm... Ja, gut, das packe ich jetzt einfach mal an. Ja, der. Okay, ich brauche dann dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Control, what? Und dann haben wir da. Dafür brauche ich aber neue Casings. Komm, mach mal nochmal ein Stack. Battle-Trippe nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Das heißt... Also... Hier kommt einer hin. Da. Da. Da, 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 da. Und dann... Hier und da. Hm. Ah, schon wieder Aufschluck. Da fängt es irgendwie da an. Okay, dann nochmal jetzt. Verdammt. Ich hab' den Stack gerade gemacht. Brauchst du Yellow-Rim-Fuel-Rods? Ich hab' nen Stack gerade gemacht. Äh... Ja, das ist ich gebraucht. Äh... Glaub ich dir. Wenn du übrig bleibst, kannst du dich verdienen. Okay, mach' ich. Da hab' ich unten bekommen. Das heißt, hier unten. Und... Dann mach' ich... Obwohl... Äh... Ein Backgedacht sollte da reichen. Ja, ja, genau. Das sollte nach unten. So. Das sollte jetzt auch reichen. Äh... Und zwar kommt das hier hin. So. Weiß ich muss sagen... Was... Ähm... Was ich draufgepackt hab' ist... Echt nützlich jetzt. Was hast du draufgepackt? Ähm... Also auf der Spitze hab' ich jetzt Minig Speed 14. Und auf dem Hammer Minig Speed 4. Ja. So ein bisschen schneller ist von sonst praktisch. Oh. Und dann. Also Polio. Äh... Warte da. Ja. So. Das kann da rein. Das kann da rein. Dann... Da. Und dann... Und dann... Und dann... Da. Und dann... Dann hier kein Resonant Ender rein. Weiß ich jetzt... Hier. Ja, das müsste ich doch... So. Und jetzt nur noch an die restlichen... Hm... Positionen. Alter, ist das groß. Oh. Äh... Äh... Bitte was? Setz-Wort-She-Said oder was? Ja, hast du ungefähr... Ja, hast du mich auf ne gute Idee gebracht. Ich kann es über einen Elevator. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Setz-Wort-She-Said und Elevator? Das musst du mir jetzt einfach mal erklären. Äh... Scheiße. Ja... Ähm... Ja, such dir was aus? Äh... Bahnhof. Ja, nach M kommt meistens noch N, ne? Ja. Ähm... Ja. Ja. Ähm... Weil... Bahnhof. Alles klar. Gut zu wissen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Genau. Äh... Der warst du gut, du weißt. Magst du mir einen Gefallen tun? Ja? Obwohl... Warte, ich glaube ich bin jetzt gleich hier schon fertig. Passt schon. Okay. Ich bin damit ein bisschen sehr spät gekommen. Ähm... Besser zu spät als zu... äh... Besser spät als zu... äh... Besser spät als zu nie kommen. Bei dem Tsch... Oh, was bist du? Penis. Ne... Ja, Penis zu sein. Oh Gott, das Demo. Welches? Oh... Okay, jetzt wäre das Zeit ich brauche Reaktor-Glas. Oooooh D-d-d-d-d-d-dr-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Mehr-de-d Da kann ein 1 rein. Und da hin, sorry. Ja, den. Okay, ich brauch... 1, 2, 3. Ich brauch nur noch ein bisschen Glas. Mach mal wieder Dreck 700 drauf. Oh, das ist noch aus immer. Ja, das ist der beste Dreck, den ich drauf habe momentan. Aha, okay. Ja, der heißt einfach Solzern in den Aloysmetern durch die Glas. Der ist gut, der Trick, ne? Definitiv, bei dem soll es etwas mit dir rumliegt. Ich glaube, der ist so gut, da brauchst du mindestens ein Studium für. Definitiv. Wie gut, dass ich nun ein Abitur habe. Okay, also items werden auch ausgeportet, sehr schön. Ah, das... Oh, ja, das war's hier oben. Ja. So, sehr schön. Letztes Vector Glass. Was? Oh, ne? Was brauch ich denn? Ähm, okay. 1, 1, 8, 9. Und ich brauch... Schau... Ich brauch... Schau... Schau... Ich war's. Ich hab' ne einen Faden. Äah... Okay... Auch für... Hä? Hab ich denn? Oh, da hab' ich nen Block vergessen. Oh, da hab' ich nen Block vergessen. was sie an ja du bist noch reichen konnte zu wissen sehr schön aber immerhin etwas Prozent die Krüger alles klar war es bereit schon so ist halt er sich verbinden der Polen um Jeroe Projekte Prozent ob ich da ein Epport gesetzt du musst du fragen hast der Maklert kann es wirklich noch nicht Alter das ist ein bisschen ich kenne Prozent Prozent ja der Schocker ein bisschen mehr Ja, ja, alright. Habe ich gerade FPS? Nee, schau mal, nee. Ich glaube, mein Internet denkt gerade. Oh, hat der nämlich... ...irgendwo fehlt. Na, so. Okay, 10-4, das ist ein bisschen... ...so, LeGrande Moment bekommt... ...Hol Actuate Reactor. Oh, 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 oh. Und... ...5... 16 Kilo EF. Jawohl, das ist eine Ausnummer. Alter. Das ist ein Mörderteil. Oh, ja. Äh, das ist... Okay. Äh, okay. Man will doch die Konten aus tun. So. Sehr schön. Dann hier noch ein bisschen fackeln. Äh, ich brauche noch... ...Energy Conduit. Andererseits, wie ich das noch gleich mache. Habe ich hier noch eine... ...Energetic Alloy. Und jetzt noch Conduit Binder. Natürlich hier nicht. Äh, komm. So eine Kache voll. Äh, Elevator. Äh, hier ist Sand, hier ist Clay. Und hier was rein und hier was. Äh, warte mal. Ja. Ja, habe ich schon fast gedacht. Die Folge hat es so gut wie hinter sich. Das habe ich mir gerade schon dazu gedacht. Ein bisschen. Ah, die Kabel verlege ich jetzt nochmal schnell. Okay. Ja, das muss ich immer weiß sein. Sie kann nicht verlegen. So, Enhanced Energy Conduits. Oh. Äh. Äh. Mach ich dann gerade so. Äh, äh. Und irgendwas stimmt hier gerade nicht. Äh. Äh. Set from Signal. Active while below. So. Das ist mal ein paar Bord. Ich hab's nicht mehr. Ach, scheiße. Äh. 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 So jetzt ist er aus. Sehr schön. Äh. Alter, der ist jetzt schon zack. Zayennight. Boah. Okay, da wird ein Reprocessor fällig. Oh, ich sollte es schaffen gehen. Gut, aber jetzt würde ich sagen, beende ich einmal hier die Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung und Kritik. Ah, das sind die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Reingehauten? Wiederschauen, meine Freunde.